Junge Luis was guckst, was hast du für Zuschauer? Nico? zu-zü-zü-zü-zü-oliver er schreibt hi Luis, geht's noch? wie lange machst du Nico? macht's bei dir auch grad, bei euch auch grad so runter ich hab's auch grad gesehen und jetzt gleich fängt's an zum WUMM gleich wieder die Welt unter und 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 ich glaube sicherlich schwanger ist Bibi ich jetzt die schwanger Bibi's Beautiful ist schwanger ja. Ach du Scheiße die darf ich dann irgendwann mal sehen oh mein Gott die hat äh ne ok hat die er mit Julien Kroker und mit dem Vater krass ja das war jetzt nicht so schön soll ich mir dieses Einhorn äh später geholt holte die die Warte lass mich bis morgen warten ist eh nur noch eine Stunde äh Louis ok ich lass dich bis morgen warten Louis ist ja ich will schauen was morgen im Shop ist ich kann mir zwar nicht mehr holen aber auch wir auch wollen aber folgen weil ich konnte ich denn schon wo wenn du es nicht bereit gemacht hat das anfall ich kann es nicht glauben was ganz gut was 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 wenn es noch mal rauskommen sollte. Ich nehme eine kurze Hose mit und sonst nur so Jogginghosen und so. Also ich meine, wenn wir jetzt so zum Schlafen und so, wenn wir einfach nur so im Zimmer sind und so. Sonst nehme ich lange und kurze Hose mit. Also ich habe jetzt schon zwei T-Shirts und fünf Unterhosen gerichtet. Wir müssen irgendwas Dummes mitnehmen. Warte, ob du was mitnehmen sollst? Niko, soll ich einen Ganzkörperanzug mitnehmen? Niko, ich habe sie nur kurz in die Hose mitnehmen. Ich habe einen kleinen Kuchen und die Hose mitnehmen. Ich habe einen kleinen Kuchen und die Hose mitnehmen. Nico, was hast du eigentlich für ein Profilbild genommen? Nee, was? Was hab ich? Ich hatte da noch nicht mehr was eingestellt bei den Videos. Was ist das für ein Profilbild in der Gruppe? In der Klassenfahrt? Ist das Heidelberg? Ist das Heidelberg? Ja, ich hab Heidelberg. Irgending ist eigentlich mehr in der Kamera nicht. Ich bin grad irgendwie noch die Steuerung von GTA grad gekommen. Nico, ich wurde vorhin richtig unverschließt, äh, pumpte. So, was hast du auch für eure Mütze? Ähm, ich hab Blumen, und eine Popolade, und ne kleine Flasche. Wann ist Mutter drauf? Morgen. Wusste ich. Wann nehm ich einfach irgendwelche Blumen. Let's go! Oha, mein Serie öffnet sich einfach, und da kommt irgendwas im Muttertag. Ja, die will dich, die will dich nur dran erinnern. Ja, ja. So. Wo Mama draufsteht, oder was? Ich weiß nicht, wo er Herrads Geld hat, aber irgendwie gibt er immer nur Geld ab. Ne, der andere Nico hier in der Party. Ich geh hier vorne ins Weiße Haus. Ich geh hier vorne ins Weiße Haus. Ich geh hier vorne ins Weiße Haus. Ey, ich bin nicht bei euch, ne? Der Kopf ist nicht kaputt. Ich bin nicht so weit gekommen, weil ich zuerst in die Fall so richtig beflogen bin. Hey, Luis? Ja. Der jagt mich immer. Der hat ne Waffe. Ne, der ist bei mir. Luis! Nein. Scheißrunde. Warum geht ihr auch mal zu Wolken? Ich bin kein Weg auf dem Ort, wie Wolken du bist. Ich bin kein Weg auf dem Ort, wie Wolken du bist. Lukas, jetzt... Nein. Nein. Hier, ich kann mich hier nicht beruhigen. Also... Unter den Umständen. Nein. Lukas, bitte kurz leisen. Ich hälte die Nose. Was ist Nico? Jetzt hälte die Nose. Nein. Kann ich nicht. Hi, Elvis! Elvis von Mata. Ey, du Abschraubermann. Ey, da liegt noch einer. Ja, da hat er. Mach den kaputt. Ja, nice. Easy. Da lag sein Droh noch. Nice. Mach doch jetzt! Das war ein Arsch. Okay, wir haben beide zwei Kits. Nico, sorry, dass ich den vorher gekillt habe. Da sind welche. Ja, natürlich. Ich bin wieder mit einem. Ja, als ob, man. Also, ich glaube, das kann... Oh mein Gott. Anfänger. Und wo überhaupt? Hopp! Kannst du mich noch wiederbeleben? Probier's. Okay, er hat dich. Da gibt den Head, oder? Siehst du den da hinterm Auto? Ja, okay, jetzt kann... Ja, egal. Ich komme mal zu dir. Komm rübergekrochen. Komm hergekrochen. Und ich sag, wir wann der spielten wird. Okay, die kämpfen gegenseitig. Also, wir haben Zeit. Hast du Verbände? Oh, das Scheiße. Von allen Seiten. Nein. Bleib hier! Stell dich da hin, du! Ach, Entschuldigung. Warte, halte ich erst mal. Nein, 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 nein! Aufhören! Hör auf! Okay, warte. Okay, warte. Okay, warte und los. Ja, ich mach noch aus. Ich mach noch aus. Da kommt einer! Ja, natürlich. Immer ich. Da kommt zwei. Warte, ihr Scheiße! Der Lul ist doch scheiße, der kann sich nicht verteidigen. Was? Ich war die ganze Zeit durchgehend low, man. Außer, als du... Jetzt weiß ich. Das ist doch so, Alter. Ich muss den Lul zweimal wiederbeleben. Ja, hm, warum wohl? Zwei mal einen Ars retten. Ich bin voll mit der Fieber. Ich mich nicht so. Ist das so? Lul ist voll der Bad Boy geworden. Der ist voll Assisiore geworden. Nee, das ist... Also, ich bin schon dankbar, dass wir Klasse was haben. Vor allem Lul ist, weil der Paperei tritt. Ich weiß nicht, wenn es die ganze Zeit regnen soll, dann freue ich mich nicht so drauf. Soll ich die ganze Zeit kriegen, ist Montag und Mittwoch. Ach so, ja, dann ist ja was anderes. Mittlerweile nur... Muscle man. ...und das nicht zu viel, nur zwischendurch ab und zu mal. So ist wieder nur falsche Informationen hier. Es hieß aber erst so. Es soll die ganze Woche schlecht sein. Ja. Aber komm, es kann sich alles ändern. Hähn! Ich bin... Ich finde überlegen, ach... Ich glaube ich mach... Nach dieser Runde mach ich Schluss! Ja, wahrscheinlich schon. Machst du da mal raus. Jupp. Ja. Morgen gehst du da nicht. Ja, morgen... Ich muss morgen nur noch... Morgen muss ich nur noch äh... Present Perfect lernen. Das war's. Dann hab ich alles. Wohin? Also ich lerne meine Timeline. Habt ihr das nicht aus? Ich lerne... Ich hab gesagt. Ich lerne alles... ... bevor... ... bevor der Klasse... Wohin? Was soll die? Ja, du springst wieder raus und sag nix. Wir können weg in den Retail. Sollte, sind wir zu spät. Ich will noch 2 beim zusammenpacken. Wie beim zusammenpacken? Dann geht's. Lukas, ich fand das ja geil. Ja, ist doch nicht gut. Jeder geht woanders hin. Ja, ich probier zur... euch zu kommen. Ja, ich stream noch. Hallo, wie du... Hallo, ich bin schon da. Ja, ähm, ich grüße auch seine Mutter. Ach du Scheiße, man, das war so knapp gerade. Junge, wie viel Chillies, Alter. Das ist mein dritter Big Chillie. Ne, ich hab's wirklich nicht überschrieben. Ich find's auch voll geil, man hat keine Schuhe und so. Ja, das ist wirklich so. Fühlt sich an wie Ferien. Das ist echt so. Das stimmt, weil ich hatte jetzt zwei Wochen keine Schule. Ich auch. Hallo, da baut jemand. Ich komm zu euch, ich hab mich noch gerettet. Ah, okay, aber ich seh hier noch ein paar Gegner vor mir. Au, Nico. Auf beiden Seiten. Ja, tut gut. Scheiß MP. Ja, hilft mir doch, Mann. Ich sag doch, dass ein Gegner. Der hat gestreckt. Mh, der hat ein paar Machen drin. Oh, ein paar. Ja, da hängt's drin. Luis ist wieder voll verpackt. Ja, ich hab nichts anderes. Lasse, Luis. Ey, jetzt. Stand leise, ihr habt nichts gerissen. Ich hab ein bisschen Schaden gemacht. Ich hab einen gemockt. Ich hab einen gekillt. Also auch insgesamt nicht. Aber nicht bei Soha, bei dem. Nein, bei dem hin nicht. Weil die, die habt ihr euch gezählt. Ja, die zählt nicht. Ich mach kein Ziel. Ja, die war schlecht. Ah, okay. Oh, das ist immer so geil, wenn ihr die Witter eht. Und ich im Bett liege. Warte, das ist so gut. Okay. Und vielleicht streamst du immer. Ja. Ohne Kamera. Ohne Kamera. Ohne gar nichts. Man braucht nicht unbedingt eine Kamera. Der mit der Kamera ist verlangen. Das ist ne. Nein, das stimmt nicht. Ist dir bei jemandem die für ein Rund? Ich bin drauf und umher hin. Oh, die Teile mehr wie geil. Aber muss ja nicht heißen, dass... Ähm, Mr. Morgame? Mr. Morgame? Er hat doch aus dem Mal ein Video, wo er zu sehen ist. Muss aber nicht heißen, dass... Vielleicht wollen sie einfach nicht gezeigt werden, also... Vielleicht wollen sie einfach nicht... Dass die Welt ihr Gesicht kennt. Ich sag GOMMEL ist fett. Und ich sag GLP ist fett. Ja, das wäre gut, Thorsten, aber ging's nicht. Er hat's nicht so viel sagen. Es gibt doch auch diese... 10 YouTube-Videos, die GOMMEL wirklich aussehen würde, aber... Ich glaube, dabei ist das gar nicht. Also ich hab's nicht mehr fett. Bei mir war nix. Nix gescheites. Glaubst du, das ist real? Das ist real shit. Oh! Na jetzt ist was gescheites drin. Geile Schottie. Geile Schottie. Ich bin haltet meins. Was du, Nico? Hast du jetzt zuerst das Haus gelootet? Ja, der war aber nix. Ja, du kannst die Tourenhalle. Ich nehm das nebendran. Ja, das Schwimmbad. Genau. Nein, nicht das. Sondern das... Nee, weil das... Also... Andere Türen, Andere Türen. Junge Jagdgewerf ist neul so oft, ne? Oh, das ist eine Muschie. Du... Oh mein Gott, das gibt ja Geräusche. Ja, ich weiß. Scheiße! Hat er seine Taschenfestchen da gebaut. Bro. Ich wollte grad Mini-Shelies trinken. Ich wollte grad Mini-Shelies trinken und hab also seine Taschenmuschie gebaut. Oh, da hinten ist jemand. Äh, hallo. Ich brauch einer. Entschuldigung. Ich muss hier kurz rein. Ah! Ernsthaft! Ach, hier kann ich rein. Oh, gut, dass ihr hier keine Scar liegen gelassen habt. Ja, da liegt keine Scar. Was hast du gesagt? Ach so. Da hat ne Scar gelesen. Da hat ne Scar gelesen. Das ist auch klackend, dass er hier keine Scar liegen gelassen hat. Ach so. Da muss man richtig zuhören, du. Hat irgendjemand zwei Pumpguns oder Shotguns? Ähm... Du, was macht die? So, find ich Räuche. Die Reifen. Die sind erschossen worden. Und nicht... Nicht von mir. Gut, dass ich hier eine Granate habe. Und Puff. Oh, was? Toilette! Nein! Für den Garten! Nee, bitte nicht mehr. Nicht mehr Toiletten. Bisschen, ich gabel den hier. Schmeiß raus! Schmeiß raus! Ich muss raus! Ich muss raus! Oh mein Gott! Hat irgendjemand zwei Pumpguns? Nein! Nein! Ich weiß jetzt nicht, ich mag's nicht. Kommt ihr jetzt auch endlich mal? Ja! Ich muss gerade den Toilette abholen. Junge! Niko, du fragst, hat jemand Pumpgun-Moon? Und lässt da, wo du als erstes lootest, zwei Munitionsbehälter liegen. Wo jetzt ganz nebenbei auch keine Shotgun-Moon drin war. Aber trotzdem. Wir sehen. Ist du morgen Stadtfest? Ich nicht. Ich muss morgen packen und alles, und mein Zimmer aufrollen. Ich muss auch mein Zimmer aufrollen und ich muss auch packen. Ja, morgen muss ich auch packen. Alles packen habe ich in zwei... Okay, ich will sehen, unter drei Mal ich 2-Jubil. Mach ich morgen Abend? Ja, aber morgen Abend? Wir müssen ja erst morgen früh um 9 Uhr da sein. Ja, morgen früh müssen wir da sein, ich glaub's aber auch langsam. Äh, 10 Uhr, wieviel? Ne, 10 Uhr fast, oder? Ja, morgen müssen wir auch nix. Äh, übermorgen. 49. So, ich muss auch auf Louis in Livestream gehen, sonst hab ich hier kein Glück, sonst kann ich hier... Nico, geh mal los! Was war das jetzt? Ah, vor uns Gegner, direkt. Ich weiß. Toll, hier. Junge. Halt auf, Mann. Ihr seid so Wichser, ne? Junge, guck dir schon wieder so ne richtige Nico-Aktion, Alter. Wer hat... Okay. Dich belebst. Ganz bestimmt nicht wieder. Ey, das sind mehrere Scheiße, sind das viele. Hab einen genord, hab einen genord. Ja, Lucas, ich melde dich. Ja, morgen, ich bin raus an der Stelle. Du hast doch angefangen, Nico! Louis. Louis, der finde ich mich. Louis, wo bist du eigentlich grad schon wieder genau? Hinter am Haus, ich hab keine Waffe, keine gescheite. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Das ist vielleicht ein Live-Film, wo ich grad von Louis gucke. Ne, ne, ne. Ich spiel. Oh, jetzt mach jetzt alles, ich find so Mühe. den Raketenwehr von Nico. Nico, ist das los? Ne, ich mein, diese Geräusche, diese Geräusche. Guck. Und der Esel, der killt sich auch noch fast selber. Ich bin halt hier richtig, Profi-Portnite-Spieler. Ja, startlos, ein Achterhild. Ach, Dammit hat er gemacht, Mann. Was? Deswegen hasse ich diese Pump-Carn. Ich hasse ja nicht. Die Na-Kampf war richtig gut. Ja, Na-Kampf ist wirklich nice. Ja, aber ich hör jetzt auch auf. Oh, aber ich bin jetzt, ich bin Level. Louis, du kannst deine Herausforderungen annehmen tun. Was kann ich? Ja, genau das. Was kann ich annehmen? Lukas? Ja, du hattest da eine Quest fertig. Ah, hab ich doch gemacht. Das war's. So, Lukas. Wir hören jetzt morgen. Ja. Okay, gut. So. So. Okay, Lukas. Bis dann. Jo. Ah, mein. War ein gelungener Livestream? Ja. Gell Lukas? Falls ihr mir noch zuschaut. Und je. Und ich würd sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Oh, ja. Ich würd sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.